Und, willkommen zurück! Du hast ziemlich kurze Arme, aber willkommen zurück zu Atlas. Nöööö. Ich habe das Doppelte von dir. Du hast ziemlich lange Arme. Du hast so kurze. Du siehst ziemlich alt aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber guck du dich mal mit deinem Frauenbart an. Scheiße. Sie, oh voll die Falten, Junge. Guckt euch mal das Alte an, Leute. Wir sind, BÄM, 100. Wir haben hier total, wir haben hier überlebt. Wir haben überlebt. Habe ich nicht einen geilen Bogen? Habe ich selbst gebaut. Ne, habe ich gelogen. Was, äh, wo hast du den her nochmal? Indie-TH steht auch dran. Ich habe nicht geguckt, was er hergestellt hat. Ah, da steht's. Okay, Kraft. Nuno7-Kong. Kong, ist das der, der, der... Der Typ von Indie-TH. Achso, so heißt die, 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 die Tribe heißt Indie. Indie-Indie-TH heißt die Tribe. Das davor ist der Name des Spielers. Ah, okay, alles klar. Was ist denn, wenn ihr jetzt die Tribe wechselt? Wechselt dann dieser Name auch? Oder bleibt das da, wo der dort vorher gewesen ist? Ich glaube, das bleibt da, was da jetzt steht. Okay. Ähm, Neuigkeiten. Was ist passiert? Wir sind hier oben, ne, auf der Plattform, wo ich eigentlich mal zu Ende bauen wollte. Aber, ähm, Mr... Man sieht es schon ein bisschen. Ja, man sieht, äh, teilweise Mr. Holendensky, unser, äh, Dutchman-Freund, hat, äh, dann... Hat sich nochmal gemeldet. Er hat versucht, was zu suchen. Aber er hat es nicht gefunden. Er hat... Doch, doch, hat er. Ja, aber wir haben noch keine, keine, keine Kiste Versteck gehabt, oder? Ach, hast du doch gehabt. Unten, nur am Turm. Achso, am Turm, okay. Er hat aber hier in der Base... Hier in der Base hat er versucht. Er hat gedacht, wir hätten hier unten drunter irgendwie so ein verstecktes Versteck. Verstecktes, versteckte, versteckte Kiste. Und deswegen hat er hier alles aufgesprengt, seine ganzen Materialien komplett verbraucht. Aber im Endeffekt hat er nichts gefunden. Hier. Ähm, dann habt ihr ja gesehen, wir hatten ja noch so einen Zufluchtsturm, wo wir in der letzten Folge auch gekämpft haben. Hast du eine Schlange hinter dir? Ja, ich ignorier die grad mal kurz. Oh Gott. Ah, nein, 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 aua. Scheiße. Ähm, wie ihr seht, seht ihr nichts, genau. Der Turm ist auch weg. Der ist nämlich auch weggeballert worden. Scheiße, ich hab mich gerade ein bisschen, äh, Auer getarnt. Wandelturm eigentlich nochmal? Ich weiß gar nicht, wo die Position war. Ja, wo die Kanone am Strand ist. Guck mal. Oh, die Kanone am Strand. Rechts lang. Ach, rechts, okay. Aber ich guck gerade mal, was ist das für ein Boot hier? Sehr arg. Ach so, okay. Die kennen wir ja auch noch. Aber wie ihr seht, wir haben kein Turm mehr, ist auch weg. Hier ist die Kanone. Und da unten sind die Foundations. Ach so, wer sind das da vorne? Ist das Iceman? Iceman. Ach, das ist Iceman. Den Namen hab ich gerade gesehen. Ganz klein. Er baut auch gerade ein Schiffchen, ne? Was ist denn das? Baut der selber so schräg? Oder ist das extra so fix? Der baut selber. Ah. Okay. Ähm, ihr habt ja auch gesehen, wir haben keine Schiffe mehr. Wir haben keinen Turm mehr. Wir haben keine Base mehr. Wir haben eigentlich nichts mehr. Ähm, Stone baut jetzt noch ein... Das ist ein Schoner, glaub ich, ne? So ein Schoner, damit wir wenigstens, ähm, ein bisschen uns vorbewegen, fortbewegen können. Und wir werden natürlich noch ein bisschen die anderen Inseln auch nochmal begucken. Ich werde trotzdem weiterhin... Also wir... Wir sagen jetzt erstmal, äh, so frei raus in die Aufnahme. Wir bleiben erstmal auf dieser... auf dieser Insel. Und werden uns dann erstmal wieder befestigen. In der Hoffnung, dass wir es auch schaffen, ne? Irgendwie so einfach ist es nicht... Ist nicht so einfach wie jetzt bei den anderen Kollegen, die jetzt PvE spielen. Die bauen dann einfach weiter und machen dann einfach... Wir werden ja hier ja... Wenn wir geradet werden haben, verdienen wir unsere ganzen Materialien. Das ist ein bisschen Pech. Aber so ist es eben. Müssen wir eben nicht leben. Was ist eigentlich mit unserer kleinen Bude, die wir dort, äh, mit Gnom gebaut hatten? Oder besser als er gebaut hatte? Hm, kaputt gemacht schon. Komplett zerstört? Keine Ahnung, aber Bett ist weg und so. Ich muss mal kurz was schreiben. Okay. Chat. Okay. Alter Schwede, die ist 23 groß gewesen. Ich hab jetzt erst gedacht, da kommt eine kleine Cobra. Und das war so eine Riesenschlange. Ja, krack. Krack, ey. Also ist auf dem Schoner noch kein Bett. Nein, noch nicht. Okay. Müssen wir mal da hinten auch hoch. Ups, ich bin, glaube ich, gerade falsch gespawnt. Oh, nee, doch nicht. Alles, alles ordentlich in Ordnung. Wer ist da gerade gestorben? Du. Nee, hier stand gerade noch irgendwas anderes. Irgendwie Black Skilly, sonst war es, äh, was killed. Wer weiß denn? Bei uns in der Tribe? Ach ja, 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 stimmt. Hier sind wir jetzt, glaube ich, war das. Ah. Boah, hab ich mich gerade erschreckt. Mein Gott. Was kannst du denn die Duden, du? Oh Gott. Oh Gott. Also sehen schon cool aus. Die, äh, die ganzen Tiere. Das haben die echt, äh, gut hinbekommen. Ich hab echt wieder keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich versuche es jetzt irgendwie mal. Ich bin den Bogen durch. Bei, bei den Gates vorbei. Verlaufe ich doch immer irgendwie. Immer. Schrecklich, ey. Ich hab gerade mal so eine Orientierung gleich null. Voll lustig. Ei, ei, ei. Ich bin ganz irgendwie falsch einmal, falsch losgelaufen. Und jetzt hänge ich hier, glaube ich, auf der falschen Seite der Insel. Ja. Hier sind alles voller Schiffe, aber das ist nicht so uns. Oh, hier zähmt jemand einen Affen. Das ist nicht zu nah angehen. Ne, es ist, äh, wird nicht, äh, der ist nicht, äh, wird nicht gezähmt. Der wurde von, äh, von Schlangen betäubt. Ich bin, ich wollte gerade gucken, auf einmal kommt der ganze Horde Schlangen auf mich zu. Hm. Schade, dann hätte ich den Affen jetzt eigentlich zähmen können. Nein, du kannst nur passiv zähmen. Ach, das stimmt ja auch. Okay, ich bin auf der, auf der anderen Seite. Aua! Aua! Alter Schwede. Ich muss noch ins Wasser. Wir müssen erstmal abkühlen. Okay, jetzt aber. Ach, meine Fresse. Da vorne müsste es sein. Eigentlich unter diesen großen Steinbogen durch. Hm, da bin ich jetzt gerade. Ich bin einmal komplett, ich bin komplett einmal in die Gegensätze-Richtung gelaufen, bin einmal nochmal so um den Berg gerannt. Kann ich mich eigentlich, kann ich mich eigentlich auch in den Sand legen und, äh, Wasser suchen? Nein. Nein. Ich weiß, ich bin am Sterben. Oh Gott, mir wird's, mir wird's, mir wird's, mir wird's, mir wird's, mir wird's, mir wird grad schwindelig. Ach, scheiße, jetzt hab ich nicht drauf geachtet. Dammter Henkel. Nein. Ach, Mann, ey. Jetzt hab ich Wasser gefunden. Jetzt, ich bin aber trotzdem am Sterben wegen der Hitze. Er ist echt zum Kotzen, ey. Ach, Mann, ey. Mann, oh. Ich weiß, ich bin mir mitlaufen. Hier ist gerade irgendwie alles mögliche, um mich ein bisschen noch hochzuhallen. Ich hab ja nichts mehr an, ich bin noch komplett nackig. Ne, leben wir drunter. Oh, ich kann nicht was weiterlaufen. Da vorne ist sogar meine Seele. Mein Tod. Scheiße. Ja, sag ich, ich hab keine Chance, ne? Ich bin jetzt von der einen Seite, von der anderen Seite, da wo das Bett ist, bis zu uns gelaufen. Bin zwar einmal gebissen worden, aber das war jetzt auch nicht großartig. Und trotzdem, du überlebst das nicht, wenn das so heiß ist, ne? Schon mega. Bin ich denn hier bekloppt, echt, Mann, ey. Ich kann nicht gleich mein Bett bauen, warte mal. Guck mal, ob ich noch genug Leder habe. Ich hab jetzt auch zwei Säge schon aufgestellt. Ich find das grad lustig. Da gehst du einmal um den falschen Felsen und ich bin schon tot, wovor du ankommst. Junge. Schon gebaut? Mit Sekunden, ich musste hier die Materialien kurz holen. War hier schon ein Bett? Da. Das andere Bett ist auf dem Berg. Ach so, hast du auch kein Problem. Naja, das ist hinten auf dem Berg bei den, äh, Chi oder wie hier es heißt. Ah, okay. Das ist aber schon krass, ne? Man sieht das gar nicht, man sieht ja auch wirklich nicht, wie nah das oder wie weit das weg ist. Hm. Direkt vor meiner Leiche gestorben. Immerhin keine 50 Meter noch ungefähr. So, da, Schilder fährt. Ach. Was ist los? Okay. Ja, ich hab's gesetzt, das hat sich immer weggesnappt. Da wurde ich gesetzt. Irgendjemand ist doch in Dortgard gespawnt, auf dem Bett. Nö, ich hab's gerade gesetzt. Ne, nicht das meine ich. Das andere Bett, wo ich gerade eben spawnen wollte. Da ist gerade irgendjemand gespawnt. Ja, vielleicht der andere, Black. Silvered, meinst du? Ja. Ah, du hast das Bett im Boot gemacht. Hm. Äh, ach so, das kann man aufmachen. Das ist ja cool. Das ist cool. So, irgendwie ist man mir manchmal die, die ähm, die, die Textur fehlt komplett bei mir jetzt gerade. Jetzt kommst du jetzt. Jetzt kommst du langsam. Ja, ich muss in uns mit ihm bauen. Das heißt, Leder und Stein. Okay. Okay, endlich, endlich da. Bin schon wieder am Leiden. Na, ich steppe auch gerade. Ein paar Mal wissen, ein paar Steine Decks, dann kann man hier ein paar... Steinienski, mach ich. 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 ich freue mich mal wieder ich bin schon so voll jetzt kann ich irgendeinen scheiß rausschmeißen wie ich eben weiß der reihe was das schweiß raus hier warum ich dann auch laufen kann habe ich jetzt nicht wirklich viel ausgeschmissen egal das schaffe ich noch bis da vorne hatte schon steht schon das mit aufgesprungen ich will wieder runtergesprungen und hab gar nicht drauf geachtet wenn wir mal ein paar bindings mitnehmen mitnehmen grad ab und sterbe ich habe auch jetzt auf der Kasse umbringen ich kann auch eine ausmole geben doch auch immer zu holz auf die harte Tour du hast gesagt harte Tour kriegst ein Pfeil zwischen die Beine damit du mal was zwischen den Beinen hast du musst euch einen scheiß hinschmeißen hast du irgendwie eine Kiste in die Mitte links ich werde hier gleich ausreimen was ist denn das für ein Tier hier ach so ein Schweinchen ein Meerschweinchen ich glaube in den nächsten Tagen habe ich keine Stimme mehr warum ich merke das meine Stimme langsam verschwunden verschwindet ach ich sehe es auch so spazieren 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 so hier sind Steinschen und alles was mit Stein zu tun hat ja ich muss erstmal meine Leiche finden hier hast du irgendwie in den Baum rein mit der Latte durch hab ich so ne so ne Wucht dahinter gehabt hast du hier Heizt? hast du Heizt? bisschen oh ne ok hast du nicht egal dann tue ich den ganzen Scheiß mal hier rein schmeißen ne Heizt ist unten in der Pipjahr die brauche ich um die Spazier zu stellen egal ich werde mal ein bisschen nach Heizt ach so hast du Pfeile rein zufällig? nein was brauchen wir dafür? Stein, Holz und was noch? Pfeilinski brauchen wir das ein Sperinsky da Fiberflint und Thatch Fiberflint und Thatch hätte ich doch eigentlich ne Base kann ich doch mit also hier ne Smitty die ich grad reingeschmissen habe die ganze Scheiße wenn es so ein paar dann kann ich mal ein bisschen Heizt oh hast du dann alles rausgeholt? und ne Schiff drin mit dem Schoner unter dir direkt unter dir unter dir hier drin unter dir guck runter ja hier drin hier drin unter dir ach so du meinst auf dem du meinst auf dem direkt an der Werft oder wie das Ding hier heißt ja wie viele Namen nicht ein ich guck die ganze Zeit immer so was liegt denn hier man dann also ich hab die Scheiße Scheiße Fakten muss ich ausmachen äh was hab ich gesagt äh Thatch ähm Flint jetzt war ich das nicht hier ist das Flint das Matter und was war das noch? ich hab's vergessen Flint Fiber Thatch und Fiber Flint Thatch and Touch and Touch and Touch and Push and Touch and Push and Push das hab ich übrigens genau das hab ich ja weggeschnitten ich hab das ja angepasst damit es nicht zu lang ist du darfst ja nur glaub ich sieben Sekunden vier Sekunden ich weiß nicht mehr ganz genau wie lang der der Twitch Dingsbums Sound sein darf und dann hab ich das dann minimal angeschnitten damit das dann eben and touch and push and touch and push and don't forget damit das auch passend äh sich anhört sag aber hast du hier ne Wurst ach das ist dein Fuß hier ist dein Fuß ich wurde ganz ich wurde gesagt hast du hier ne Wurst hingelegt aber dass es damit deine Zehen guckt wenn du aus dem Baum raus hast du hier ne Wurst hingelegt ja ach hier guck da liegt er kriegst du kriegst er hier aus dir halt ja siehste hat's dich doch gelohnt willst du nochmal sterben was denn ich hab noch ich hab noch einen Pfeil von dir über für dich gut ich könnte mir wirklich schon Rüstung ich mach ne Stone Rüstung wie geil ich bin der ähm ein Schrank wie heißt er nochmal ähm ähm Hannibal Lecter ich mach jetzt ich mach jetzt Klamotten aus dir achso der hat doch aus dem bei ihm schweigen der Lämmer hat er doch aus dieser armen ähm Krankenschwester hat er das Gesicht ausgeschnitten abgeschnitten nur die Haut des Gesichtes mhm damit er sich das nämlich selber anziehen kann eklig ey noch bisschen und das mach ich jetzt mit dir auch erstmal hab ich jetzt deine Haut abgezogen und ich hab die grad angezogen mhm ähm ähm brauchst du irgendwas? darf ich dir ne Rüstung herstellen? mhm ich brauch Leder ne ich kann dir eine herstellen ich hab was Leder und kreativ kreativ achso du willst ne richtige Rüstung haben so ne so ne Leder Rüstung nein nein ich brauch ich will keine Rüstung ich will äh was herstellen äh Tische und so für das Schiff unten achso Smitty äh Mörser ich kann dir was geben acht halt nur reicht für Mörser ja ok dann komm mal her wo bist du da kommts auf mich zu ich geh mal ein bisschen jagen hinter dir oh das ist Silvert ah dann geb ich jetzt mal eine auf die Fresse hauen ha 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 buh irgendwie verstehe ich das Spiel jetzt gerade schon wieder nicht mehr da ist der ganze Bau von den Gegnern in Anführungszeichen und das zuviel baut er so ein Haus wie ich ne vom Gegnern das ist unsers hier ne sperr sperrimo achso achso speriamo che regge das ist das äh der vom Zerg aber was wenn der das geschrieben hat dann Zerg wo sind denn die Zerg sind die hier noch da irgendwo glaube ich sind die die das sind ja wären dann italiener ne wenn das also ist zwar nicht richtig geschrieben aber du meinst das Floß da ja ja das Floß ist äh von jemand anders und das wird eingenommen das ist ein Schiff und du kannst Schiffe sind keine Objekte achso ok der hat das aus so gesehen einfach nur übernommen ja ok alles verstanden so ich hab ja die Heid in dieses Mittel geschmissen ähm werde jetzt mal ganz kurz ein paar Tiere jagen gehen irgendwas ja Kreatin also Schweine wär ganz gut Schweine das hat noch so mehr Schweinchen dann werde ich den mal wegballern wenn der noch da ist am am da ist er doch cool auf auf man ist jetzt weg ok schmeiß hier einfach alles rein was äh was da oh hier ist noch ein Schwein Wow, 65 Kreatin. 65. Okay. Mein Gott, das finde ich eigentlich ganz cool, dass der nicht unter Wasser geht, wirklich. Dass der so halbwegs immer wieder zurückhochschwimmt, genau. Okay, ich habe 51 Kreatin oder Knochen eben. Hm, ein bisschen mehr noch. Und Heiz, ein bisschen Fleisch habe ich auch noch gesammelt und Heiz habe ich, ähm, 63. Da kannst du also jetzt schon recht mitarbeiten. Ja, ja, Heiz ist in Ordnung. Ich gehe mal ein bisschen jagen. Ja. Ah, ich habe hier noch meinen Körper da hinten liegen. Den könnte ich auch noch niederholzen. Da kriege ich bestimmt auch Geratin raus. Geratin glaube ich jetzt nicht, aber... Kannst du mal machen. Ach, ich suche mal den Pfeil, der in meinem A-Hack immer oben drüber ist. Oh, ich muss... Le Faquel? Die schiebte. Ah, ich habe hier auch einen Schlein. Ich habe einen Faquel. Boah, der in Anlauf gehabt. Voll ins Gesicht, Mann! So, mit den Schweinen zusammen sollten wir genug Geratin haben. So, ich habe das nächste Schwein schon hier gelegt. I bring it back. Back. Right now. Kann ich... Greift... Greift der Elefant eigentlich den... Den... Den Hafen an? Das Schiff? Nee, oder? Kann, aber das Schiff nicht direkt, sondern... Meinst du, 18 Pfeile reichen für den Elefanten? Ich weiß jetzt nicht, welches Level der hat, natürlich. Naja... Ich glaube, ich bleibe lieber bei den kleinen Tieren. Natürlich ist was Großes. Abgedrückt. Ich habe hier noch ein bisschen Zappen mitgebracht. Sugar, meine ich. Ähm... 88 haben wir jetzt. Naja, das reicht. Kannst du dich mitgepacken? Hab ich alles schon drin. Hast du hier irgendwo reinzufällig irgendwo ein... ein Feuerchen? Nö, musst du machen. Mach ich. Jetzt muss ich auch noch arbeiten. Also, so hatten wir das eigentlich nicht geplant gehabt. Ähm... Fetch. Stone. Und Flint. Fetch. Ach, da ist aber den Scheiß hier weg, hier, ne? So. Ähm... Fetch. Stone. Flint. Und don't forget the wheelie. Was war das nochmal? Was hat Nico so mal gesagt? Move the wheelie to the beat. Ne, was war das nochmal? Ich glaube, ja. Wo hast du denn das Set hergeklaut? Äh, bin doch von da hinten gekommen. Und dann hab ich einfach... Bin ich durch den Geburtsch und hab den Set einfach gesammelt. Da hinten, wo ich gespawnt bin, bei hier Dings Bums. Hier, äh, hier Decks. Äh, hab ich ja noch gar kein Set bekommen. Ich bin einfach nur durch den Busch gelaufen. Also, ich bin... Einmal um den Fels gerannt, wenn du weißt, was ich meine. Und da hab ich was gesammelt. So. Ich glaube, Holz haben wir jetzt erstmal. Ähm... Ein paar Steinchen. Der ist zu groß. Kann ich den wirklich auch abbauen? Nee, glaube ich nicht, oder? Oh, doch. Und noch ein paar Fasern. Und dann mach ich mir noch ein paar Bögen. Äh, ein paar Bögen, ein paar Pfeile. Und spann den Bogen. So. Der Elefant, der kommt die ganze Zeit zu mir. Der will das. Aber spann den Bogen jetzt nicht. Wann mach ich das mal nicht? Ich bin immer so lustig. Dann fängt die Folge an und du hast so einen coolen Hut, eine Augenklappe und ein Gewehr und siehst voll gut aus. Nächste Folge, bist ausgeraubt worden. Siehst aus wie so ein Lump. Kratzt im Sand nach ein bisschen Wasser. Schreist um Hilfe. Nächste Folge, bist voll der Held. Hast das Riesenschiff. Kannst über die Wälder, die Meere, Meereswälder, Weltmeere, Weltmeere schwimmen. Nächste Folge, hast kein Schiff mehr. Hast nur noch einen Flos. Angelst mit einer Schnur, die an deinem Finger hängt. Junge, nächste Folge. Dein Haufen ab bei einem Piratengeschäft. Meine Güte. Nächste Folge, hast einen Elefanten. Bist hier voll der Inder und reitest hier wie so ein König. Nächste Folge, hast nur noch einen Huhn. Scheiße, so ist PvP, so könnte ich das beschreiben. Dort fehlt, dort fehlt. Fetch. 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 Oh, müssen wir alles soweit an Bord haben. Ich habe die Materialien noch in die Gäste mitgepacken. Ich sollte noch mal vor Planken herstellen, bevor wir losfahren. Das falls mal jemand eine Plankere Brut macht, und mir eine neue nutzen kann. Also brauchst du Holz, oder hast du noch genug da hinten? Äh, Touch brauche ich mehr. Touch and push. And touch and push. Okay, ich mache gerade 71 Pfeile. Damit habe ich dann irgendwas mit über 100. Und die teilen wir dann. Dann bist du so ein bisschen ausgerüstet. Und dann werde ich dann mal eine Runde wieder... And thatch. And stone. And wood. And flint. And don't forget the wheelie. Ach, guck mal, der hat nur 60er-Stacks, macht der. Pfeile. So, interessant. Okay, ich lege dir jetzt in die Smitty ein bisschen Pfeilinski. Da hast du ein paar. So, 36. Und den Scheiß, den ich gerade gesammelt habe. Kannst du ja auch rausholen. Und dann sage ich erst mal, Leute, für diese Folge von den Piratenlumpen... Aber wir haben ja jetzt einen Schoner wieder. Wir sind hier jetzt... Wir sind wieder im Vorstoß. Im Kommen sind wir. Dann sage ich einmal, bis zur nächsten Folge. Und da habe ich noch nicht vergessen. Wir sehen uns dann genau hier, wenn wir dann wieder farmen und tun und dummes Zeug labern. Eigentlich so wie immer. Bis denn. Und dann. Und tschüss. Wo kann man hier lachen? Gibt es denn lachen da? Hahaha.